Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie regelmässig bei uns einkaufen, ist Ihnen bestimmt schon der Ausdruck GOP-Exklusiv-Marke begegnet. Dass Produkte mit dieser Bezeichnung nur bei GOP erhältlich sind, leuchtet ein. Wissen Sie aber, was genau dahinter steckt und wie Sie selber davon profitieren? Damit das Produkt zur GOP-Exklusiv-Marke wird, muss es eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen. Die Herstellung erfolgt in eigenen Betrieben oder in Firmen, wo wir sicher sind, dass unsere Qualitätsansprüche erfüllt werden. Ohne Kontrolle durch die eigene Forschungsabteilung und praktische Tests durch das Team vom GOP-Kochstudio wird kein Artikel zum Verkauf frei gegeben. Natürlich müssen wir genau Bescheid wissen über die Herkunft der Wahl. Darum treffen wir unsere Einkäufer nicht nur im Büro, sondern auch bei den Lieferanten im Herkunftsland an. Das GOP-Labor ist eines der besten Ausgerüsteten in unserem Land. Das bedeutet für die GOP-Exklusiv-Marke grösste Sicherheit bezüglich hygienischer Beschaffenheit und schädlichen Rückständen. Auch an die Umweltverträglichkeit werden bei den GOP-Exklusiv-Marken grosse Ansprüche gestellt. Die Verpackung wird, wo immer möglich, auf ein Minimum reduziert. Der Warentransport wird vermehrt von der Strasse auf die Schiene verlegt. Rund 120 Güterwege sind jeden Tag mit GOP-Produkten von der Produktions- und Verteilzentrale in die Läden und zu ihnen unterwegs. GOP-Exklusiv-Marke heisst aber auch naturnäher Anbau und artgerechte Tierhaltung. Mit Natura-Beef und dem Produkt aus dem ständig grösser werdenden Natura-Plansortiment ist GOP auch auf diesem Gebiet führend. Sie sehen, hinter dem Begriff GOP-Exklusiv-Marke stehen überdurchschnittliche Leistungen. Das alles gibt es aber zu einem Preis, der unter dem Durchschnitt liegt. Immer mehr GOP-Exklusiv-Marke werden mit diesem Zeichen ausgestattet. So erkennen Sie auf einen Blick, welche Produkte Ihnen beim Einkaufen die grössten Vorteile bieten. Eine GOP-Exklusiv-Marke ist eigentlich ein Markenartikel. Sogar ein sehr guter Markenartikel. Mit einem Unterschied, es gibt es nur bei GOP und nur bei uns gibt es auch das folgende Rezept aus dem Kochstudio. Heute ist internationale Küche angesagt. Das Team vom Kochstudio hat das mal einen interessanten Fruchtsalat aus Syrien ausprobiert und für gut befunden. Wegen den Zutaten müssen Sie aber nicht umeinander reisen, Sie finden alles problemlos in unseren Läden. Als erstes braucht es trocknete Apfelringe, Aprikosen, Pflaumen und Feigen, die in einer Schüssel mit kaltem Wasser bedecken. Dann im Kühlschrank die Zutaten einweichen lassen. Ebenfalls trocknete Tatteln aufschneiden, den Stein rausnehmen und in längliche Streifen schneiden. Nach 3-4 Stunden die eingeweichte Früchte aus dem Kühlschrank nehmen und gut abtropfen lassen. Ich habe das schon gemacht und gebe jetzt noch Tatteln und die Sultanine dazu. 1 Deziliter Orangensaft mit einem Esslöffel Honig verwirren. Je eine Preise Kardamon und Zimt mitverwirren. Über die Früchte verteilen und alles gut vermischen. Dazu kommen jetzt noch leicht geröstete Mandeln und Pinienkernen. Vor dem Servieren den Salat mit ein paar Eiswürfeln vermischen und ganz zum Schluss mit Blutorangensaft übergießen und mit Orangenstreifen garnieren. Wenn Sie den herrlich erfrischenden Fruchtsalat aus Trockenfrüchten auch einmal ausprobieren möchten, wissen Sie, was Ihr Rezept findet. In der Coop-Zeitung dieser Woche. Viel Vergnügen! Zusammen mit dem Start des neuen Disney-Films «The Lion King» in den Schweizer Kinos findet in unseren Läden ein Malwettbewerb statt. Es geht darum, die beiden Hauptfiguren aus dem Film möglichst wirklichkeitsgerecht oder möglichst fantasievoll anzumalen. Bis Ende Januar kann man noch seine Kunstwerke in die Ohren rühren, die in den Coop-Läden aufgestellt werden. Der erste Preis ist eine unvergessliche Reise mit der Familie auf Paris ins Euro-Disney. Ausserdem kann man so einen fantastischen Micky-Fülle oder einen Blüschlein im King gewinnen. Mitmachen lohnt sich also. In allen Coop-Läden finden Sie jede Woche wieder jene Gelegenheiten zum Sparen, dank unseren Aktionsangeboten. Zum Beispiel kostet 1 Kilo Bananen nur 1,80 Euro und 2 Packungen Goldstar-Fischsticks gibt es für nur 6,60 Euro. 6 Dosen gehackte Tomaten gibt es für nur 3,60 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen 2 Bratpfannen für nur 15,60 Euro. Und im Coop-Restaurant gibt es diese Woche etwas besonders Lustiges. Eine Pouletbrust mit Crevettes, Reis und orientalischem Gemüse für nur 9,80 Euro. Mit diesen Hinweisen auf Aktionsangebote bin ich am Schluss des zweiten Coop-Studios dieses Jahres. Danke, dass Sie Zeit hatten. Auf Wiedersehen!